kann ich wieder hoch bitte ich kann gleich hoch holen und das ist als wasser geplatscht ich habe angst ja ich bin da du hast deinen sperr glaube ich hingeschmissen ich weiß es nicht ja ja von der hand so weg jetzt mal schnell pennen das kann nicht benutzt werden der so klug k-l-u-k bett ist scheiße darf man nicht und so darf man nicht angucken so wir wollen ganz kurz schnell den wurm weg und dann legen wir uns zum pennen nur ich habe angst dass der geist gesundheit zu weit runter geht wenn der wurm da bleibt eigentlich müssen wir uns gleich noch verbinden mit molinara blättern glaube ich das wäre am besten wenn es nicht entzündet wie ging denn das herzustellen frank die verbände einfach so ein blatt nehmen und dann herstellen einfach rechtsklick herstellen oder was oder auf dem stein ziehen crafting menü nein nein auf dem stein ziehen und dann ja musst du auf dem stein dieser herstellen machen und dann ein blatt drüber und dann reicht das ach eins geil und wir machen zwei stück achso eins nur muss ich waschen hm mach ich auch jetzt noch bevor ich ins bett gehe gehe ich noch ein bisschen waschen gib mir mal eine banane bitte bevor du das weg gehst hm wo bist du nicht neben mir hm nicht neben mir eine oder zwei 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 nehm ich nehme ich zwei für deine treuen dienste eben wir bezahlen uns ja gegenseitige bananen scheiße ich bin gleich wieder nein fuck nicht aufgepassen drück mal kurz schnell eh ja ja du musst dich aber aus den ländlichen drücken kann du hast aber lange speer hallo again hallo so jetzt gehe ich schnell pennen scheiße egal was da kommt haben den wurm besiegt wenn du dich jetzt nämlich entzündet hast du am ende gar nichts gekonnt dann sind die äh die äh dann bist du tot entzündet da ist ganz schwierig dagegen anzukommen da kriegst du fieber und bist tot jetzt auch gar nicht ich hab jetzt track stufe 3 ich weiß nicht ob ich die jetzt wegkrieg mit dem waschen ich glaube nicht du musst ja duschen ja ich duschen stimmt wir haben ja die dusche geil ja man ist gar nicht so einfach das spiel ist echt schwer und das alles für kacke das alles für kacke unglaublich so jetzt trinken wir mal einen schluck Wasser hmmm lecker jetzt hier duschen oder was ja das funktioniert das funktioniert komplett weg richtig gut crank kannst du merken immer waschen immer waschen immer schön unten rum waschen wer hat hier den piece of shit er hat er voll am labern gerade So, Proteine. Können wir gucken, bis ein bisschen Fleisch da ist. Ich hab schon die Fallen grad leer gemacht, aber die andere Falle ist wieder ausgelöst worden. Hier, Dolly, du wolltest doch die Blätter sammeln. Die hängen immer noch hier an der Schlingfalle. Ja, mach ich gleich. Ich wollte jetzt erstmal mal ein Tier legen. Doch, die wird gleich was zu verbinden mit. Nee, ist noch alles roh. Ja, ich hab noch Fleisch dabei. Ich hab grad hier die drei Fallen leer gemacht. Hey, machst du das aufm Ofen? Also unten? Mhm. Krill gesagt. Krill, ja. Krill, genau. Ich will jetzt nicht hier losrennen und dann bist du halb hungrig. Ist auch blöd. Ist echt schwierig. Wer trägt jetzt nur ein Fleisch? Dann geh mal hoch und guck mal, ob mal dieses... Achso, ich hab jetzt keinen Samen mehr, gell? Ich hab einen Samen noch. Du hast die Kacke rein, ich mach den Rest. Du machst den Rest. Crank den Samen, ich die Kacke. Warte mal. Das klingt nach einem ganz ekligen... Two guys, one cup. Fäden überhaupt noch, ja. Du sagst, ich hab schon gesagt. Was half noch mal beim Ausschlag? Was war da noch mal? Guck mal, da kannst du doch doch mit N reingucken. In dem... Also normaler Ausschlag geht von alleine weg. Ah, allergische Reaktion oder Verband. Ja, da gibt's so'n Dingsverband, ja. Zaunfleisch. Krill. Kannst du den anderen noch gönnen, der, wenn du brauchst. Echt? Verwendung. Muss man weggucken. Guck jetzt weg. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Essen. So, das sieht's besser aus. Noch ne Banane für die Kohlenhydrate. Und ne Nuss für das Fett. Dann müssen wir eigentlich wieder ganz gut dastehen. Ja, sieht gut aus. Vielleicht kommt noch... Vielleicht kommt man Dolle noch ein bisschen Fleisch irgendwie. Wenn nicht, müssen wir vielleicht mal mitgehen mit Dolle. Wenn der da irgendwie Schwierigkeiten hat. Shit. So schön. Jetzt nehmen wir mal ganz hier drüben das, ja. Das sieht so aus, ne schönes. Ja, wo ist denn meine Kacke hin? Na gut, die wird nicht beim Essen liegen, gell, meine Kacke. Da ist sie. Ne, auch nicht. Und was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Ich glaub's, da muss erst die Scheiße reinmachen. Ich kann die Tierexkrimente essen. Will ich das mal ausprobieren? Ich kann da nichts draufziehen auf dieses Ding, das finde ich gar nichts. Das geht immer dieser Punkt weg, aber... Egal, wer sich da rüberzieht... Du, wir haben mal so ein anderes Blatt hier. Ja, mach mal. Aber das letzte Mal haben wir Blüten, glaube ich, nämlich hier gemacht. Nee. Warum? Ähm... Das gibt's doch nicht, Mann. Wir können nicht so nass sein und das nicht hinkriegen, aber... Ich krieg nix rein anderes. Ah, alles klar, Mann. Alles klar. Wir sind bescheuert. Das geht nicht. Das geht nicht. Jede Saatsorte hat ihr eigenes Gewächsgebiet. Heißt, die kleinen, gell? Also, was du jetzt zum Beispiel hast, muss in den kleinen Gewächsgebiet. Und hier kommt zum Beispiel Bambus-Dinger, kannst du hier anpflanzen. In den großen. Also, Bäume. Sozusagen könnten wir hier banalen Bäume einstellen, oder was? Naja, das nicht, glaube ich nicht. Doch, kann sein. Ja, guana, banana. Doch, kann sein. Ja, Lars. Da gibt's ne Liste im Internet. Das für Bäume und das andere... Molinara, Molinara braucht Klein... Ähm... Planting... Du hast jetzt schon einen Pflügen. Nee, nee, wir bauen schnell eins, komm. Wir bauen schnell drei noch dahinter. Von den kleinen. Wir brauchen die ja eh, denk ich mal. Auf Dauer gesehen. Ja, das wusste ich aber auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof, gell? Oder setzen wir die daneben? Ich mach mal ne Axt. Ich mach mal ne Axt vorher. Ich weiß, ist es ein besseres Knochenmesser oder die Obsidian-Klinge? Feuerbrett, wir brauchen Feuerbretter. Wo können wir die hin? Ja, die kriegst du aus großen Scheiden, dann musst du die raushacken. Mh... Bist du da unten noch Scheiden? Mh... Dann lauf ich mal kurz, äh... Wohin? Und hol Scheiden. Vielleicht gleich Feuerbretter draus... Brabasteln, ne? Das stimmt. Wenn die da liegen, tust du es dann hier... klein machen halt. Ja, das... Das ist, glaube ich, kein Scheidenbaum hier. Was ist denn hin? Wieder über die Brücke, alles oder was? Bestimmt Bananen. Ne, das ist groß. Oder kann ich das... Äh... Ja, wieder Richtung Bananen. Du bist so klein, was du hast. Gut, das haben wir dann später mal ein. Ah, das ist schwierig, 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 schwierig. Hier ist was Großes. Hier ist ein Großer. Ja, das sieht nach Scheidenbaum aus. Bei uns wachsen die Scheiden am Baum. Oh Mann. Der Scheiden wird so noch nicht alt. Finde ich. Finde ich gut. Bist du mit, oder was? Rechtsklick drauf und dann sammeln, oder was? Ne. Muss ich ins Inventar nehmen. Wie macht man Scheiden? Machen wir sammeln. Einfach sammeln. Einfach sammeln. Einfach sammeln. Einfach sammeln. Was kann ich denn, wie wird das so sehen? Ich bin einl. hin und so ein fluss das entscheidet scheide holzscheide ich würde die lang mitnehmen ich habe einen eingesteckt also wie wir brauchen die post vier stück ist ja noch teurer als die als die anderen krasse kiste hätte ich gedacht aber egal wir bauen drei stück damit symmetrisch ist sonst kriege ich immer bist du wieder ein altes server aufsetzt ich weiß das ja klar wer wer das gerade wieder macht ja der e-monkeys bin dabei jeden fall haben die pfingsten haben die es gepostet bei facebook sondern das ist so ein e gehabt für e-monkeys und daneben hast du dasselbe e noch mal getreten gehabt und dann soll es aus wie eine 3 total geil gemacht fand ich das bild schön angeteasert das war klar das dachte ich schon oha geht es wieder los ja mal schauen da werden wir bestimmt einige rp stunden verbringen würde denke ich mal und zwar jetzt dann hat den vorschlag gemacht hier so ein lakeside hier so ein real life rp server aber e-monkeys da würde ich gerne mal drauf gucken dann vielleicht krieg mal so ein vierer team zusammen oder so ja ich bin auf jeden fall bei e-monkeys vielleicht dabei klar ja das macht schon wenn da leute dabei sind geht das schon ich habe mal kurz mein inventar 40 minuten musst du deine rüstung verschwinden ja mann das wird halt nix das wird am nächsten stream dann aber es wird wahrscheinlich nicht so lange dauern bis zum nächsten stream vielleicht in der woche also die woche auf dem programm steht ist auf jeden fall park pride 5 auf jeden fall da werden wir noch mal einen abend spielen wenn wir mal einen abend borderlands spielen wahrscheinlich wenn man die leute jetzt abkriegen die vier also zu dritt oder so würde ich es nicht gerne aber zu viert würde ich es machen und achso und donnerstag ist der wischen ja event ja ich habe gesagt wir richten uns nach hilde weil das sei das die schwächste glied in dem fall wirst du also der muss äh das bringt ja nix wenn wir den event machen und hilde ist nicht dabei dann machst du nochmal ja egal denke ich mal ich denke mal ganz was du eh nicht schaffen aber er der hat zumindest eine zeit bis äh drei ungefähr hat er gesagt aber ihr wahrscheinlich nicht so ich schon ja ja 90 prozent vor ich habe nur wahrscheinlich sowieso brückentag am freitag das ist ein freitag der tag nach frohleichnam der tag nach donnerstag mein gott das ist kein feiertag hier in niedersachsen auch nicht ok bei euch in berlin oder was natürlich in berlin gerade in hessen in hessen in hessen in allen katholischen bundesländern ich habe ganz viel stöckchen liegen crank bis in der nähe was mit samm also ich habe ganz viele stöckchen liegen bist du noch in der nähe was für steckchen stöckchen stöckchen also normale stöckchen ja das brauchen wir nicht ich habe voll damit ich habe immer ans feuer ja deswegen aber wenn du es ins feuer haust dann brauchst du es ja doch du hast ja ans feuer ja aber ich bin voll damit achso dann lass uns doch zeig mir doch mal die pflanze ich glaube ich bin auf der ganze zeit vorbei ja dann haben wir zum deflein ja noch geweint alles gut bitte ich komme wieder zurück ich komme wieder zurück ich mache das wir lassen die liegen irgendwann laufen dran vorbei bei der schlingfalle weißt du wo die ist ja die ist hier vorne rechts gleich da davor ist die pflanze mit der gelben blume du bist fertig das spät frank mhm so hier ist doch die schlingfalle ja da vorne stehst du stehst vor der pflanze hier hier mit gelben blüten die ist hier nicht ohne spaß ne ne geil oh jetzt jetzt ist der junge die blätter rausgekommen jetzt ist sie da auf einmal das ist hier raus da du es dir eine auf gesteintes inventar auf herstellen und dann direkt wieder auf herstellen ja stein aber da ist jetzt wieder nicht gesehen sozusagen naja wenn die da ist aber bei mir war sie nicht da ok sie liegen über ein steck rum da ja lass liegen ist nicht so wild komm wir mal mal holen ich sag ich eh mal unterwegs wenn ich springen rumlaufe ja ich glaube bei den stecken muss das so sehen dass die einfach äh überflüssig sind so krank kommst du mal her krank mit deinem mit deinem samen krank zeigt uns jetzt seinen samen warte mal ich hab hier schon wieder irgendwas am bein ach ach arm nicht ach nein so wollen wir nochmal so ein stöckchen sammler bauen irgendwo da mit hin das kostet uns ja nichts das zeug brauchst du ja fürs feuer auch ja ich hause mal den rucksack klein mal rein wenn ich drin hier bin ja mein rucksack ist voll dummerweise aber ich kann gleich mal ins feuer packen ja das stimmt das ist gut ach so meinst du das oder bei pfeile draus sind noch ein verband am mann krank gerade ich hab am mann welche ja ich würde noch einen nehmen drei stück haben da raus ich brauchte aber vier ne alter was ist los du bist du naja du lieber was ist los Mann ey er hat zwei mal im dreck geschlafen ne wie immer komplett zerschlossen ich hab auch diesmal ich hab auch diesmal proband dran gemacht hast du in die Dünger reingedan geil hydration null Dünger yes null